Erstmal war es rundherum eine schöne Vorstellung und eine schöne Geschichte und es hat sich wieder das hergestellt, weshalb ich herkomme. Man kommt zu einer Familie, die hier spielt und diese Warmherzigkeit, dass man da wirklich wieder angenommen ist und mit der Freundlichkeit, wie hier die Geschichten erzählt werden und so. Ich denke, das ist wirklich das, was im Sinne, was sich, glaube ich, der alte Mai vorgestellt hat, was seine Geschichten eigentlich bewirken soll. Dass man mit einem guten Gefühl nach Hause geht, was ein bisschen Spannendes, zum Teil auch so für meine Enkeltochter ein bisschen unheimlich, aber dass es dann doch sich zum Guten wendet. Ja! Ja! Ja!